Heute kommt eine Hoftour. Ich habe meinen Hof wieder irgendwo anders hingestellt, weil es da gerade, wie sagt man das jetzt, angeeignet hat. Dann fangen wir schon gleich an. Hier sind es zwei. Der Eingang wieder mal. Der Eingang. Hier ist das einfach so. Hier ist das so. Und da drüben ist die Stammenkammer. Und hier reiten zwei geradeaus. Amelie und Conny auf Ostwind und Amelie auf Rubin. Dann gehen wir weiter. Und hier ist es nicht gerade kalt. Also ja, das ist der einzige Nachteil. Sonst wäre es hier noch bequemer, wenn es hier ein bisschen kälter wäre. Dann hier ist Black Angel im Offenstall und BC mit Struppi. Dann ist hier Lisa da hinten. Und hier Josie. Hier ist noch eine Abspitzdecke von BC. Und hier sieht die da aus dem Stall dann so aus. Dann kommen wir hier zu der Reithalle, die ich eigentlich auch gerne mag. Noch mal in den Hof steigen. Hier ist der Herr Lübenthal. Ein Kalender. Ein Wolfshund Kion. Die Karin. Nochmal Josens von der anderen Seite. Hier ist der Knitzerreik und so. Hier sind gerade zwei Sattelböcke in der Reithalle, aber ist egal. Hier sind... An dem Reitplatz kann man dort aufsteigen, wenn man möchte, wenn man ihn braucht. Hier sind zwei Gefäße. Hier reitet gerade Diana auf der Flocke. Die gehört jetzt ihr. Da kann man hier das zuschieben und aufschieben. Da oben steht Reithalle. Und dann sind hier die Hunde. Der Reitlehrer, der legt die Ponys und Fohlen und da ist da gerade das Fohlen so drauf. Dann ist hier der Putzplatz. Und sie putzt gerade. Ich hab sie jetzt. Und sie ist. Meine Mutter hat gerufen. Muss das eigentlich immer sein? Dann ist hier Beauty, Hope und Sternschweif. Der Name fällt mir nicht mehr. Ist mir jetzt geil. Egal. Dann ist hier Amigo. Ich glaub die Gehäschte-Klopfer hat ihn auch so genannt. Aber ich hab den Namen nicht nach wie sie benannt. Ich hab dann nicht mehr dran gedacht, dass die denn auch so heißt. Dann ist hier das da. Dann ist hier Schurki. Also der Offenstall für die zwei Schulpferde und für die zwei Privatpferde hier. Dann ist hier eine Strohballe. Strohballballe. Ähm. Und zwei Schulis, glaub ich. Ja. Hier ist ein kleiner Arm. Hier ist der große Stall. Hier ist ein schweres Konvex von meinem Hof. Hier ist noch ein größerer Stall. Hier sind diese Sachen alle. Einem Helder mit Skyshadow drauf. Und die Sophie hier. Und hier ist die Spinte hier noch. Und da drüben noch. Und jetzt zeig ich den Hof noch in ganz Übersicht. Und das sieht so aus. Ja. Und man kann dort untergehen. Also das ist eher weiter oben. Und deshalb ist es auch eher wärmer. Und das war's auch wieder mal mit meinem Hof. Und danke noch für 77 Abos. Und dann würde ich sagen, tschau. Tschau!